Wir sind heute am Nürburgring. Die Jungs sind bis in die Haarspitzen motiviert. Von Mal zu Mal fallen denen noch mal neue Ideen ein, wo sie im Detail noch mal ein bisschen optimieren können. Heute geht es zu schauen, ob wir unser Ziel auch erfüllen. Aber wie gesagt, mit dem besten Fahrer an der Seite fühlen wir uns stets hoher. Ich möchte den Jungs den Erfolg einfahren, den sie verdient haben. Die Rundenseite einfahren fürs Team. Erkennt den Ring wie kein anderer. Wir sind gut vorbereitet. Die Autos sind liefern, stabil. Ich glaube es ist keine Lust. Die Fahrwerksabteilung hat da einen unfassbaren Job gemacht, wie man sich das vor Augen führt, wie das Auto in schnellen Kurven liegt, wie es in langsamen Kurven Grip aufbaut. Das ist ziemlich unglaublich und eigentlich physikalisch fast nicht möglich. gehört, ihr könnt den Dördungs- und Dördungsforsitz angehen. Aber jetzt ist das der Dördungsforsitzende, die ist komplett noch falsch. Mehr Informationen ab und bei den Dördungsforsitzenden, die wir in dieser Seite verstehen, Für die Dördungsforsitzende ist mit den Dördungs- und Wichtigkeit, die wir uns haben, dass das nicht in der Dördungsforsitzende, die wir noch nicht alle sagen, Wir spielen mit dem Dördungsforsitzenden, die wir sind im Hintergrund,